So, jetzt sieht man es. Siehst du es, was sie jetzt treiben gerade, was sie können? Ich schaue mir jetzt gerade ein Video an von der RAF, ein Interview aus der Haftanstalt Zelle. Schau, und da siehst du die Streifen. Siehst du die Streifen da drin? Das ist von denen, ja. Sieht man sie? Eindeutig, schau. Hier siehst du die weißen Streifen, die sie verursachen. Da haben sie drüber gezogen und da arbeiten sie mit Elektromagnetik, schau. Darin siehst du eindeutig, was sie tun, okay? Eindeutig, ja. Ich muss mich verbessern, das sind nicht die weißen Streifen, das ist das Licht, aber das geht es auch gar nicht. Hier unten, also auf hier irgendwo da unten am Anfang, da ist auch wieder so ein paar so Flecke, okay? Da sieht man den Punkt, da wo es beginnt. Da sind mehrere Punkte, da haben sie es beschossen. Und da oben, schätze ich mal, wird auch irgendwo was sein. Also ich muss mich verbessern, die weißen Streifen sind vom Licht. Das war jetzt ein Fehler von mir, aber es spielt keine Rolle. Sie können das, und das ist jetzt noch zart, ja, das was sie jetzt machen. Sie können hergehen und können die ganze Bade komplett spalten, ja. Das tun sie. Ich hoffe, man sieht es ordentlich und gut, wie das aussieht, ja. Und gleichzeitig lähmen sie, hier, tun sie den Zeher kaputt machen. Also das ist halt, das ist Folter. Weil gerade sagen sie, ich habe mir gerade das Interview von der Haftanstalt Zelle, von ehemaligen RAF-Terroristen angesehen. und, ähm, das ist auf, ähm, auf, auf, ähm, na, auf YouTube. Oh, Wahnsinn, sind das Wichser. Ja, und dann sagen sie, shut up. Und dann haben sie jetzt angefangen, ja. Das ist denen ihre Folter, das können sie. Das ist genau die Folter, die sie, die sie Menschen antun. Und früher haben sie es halt gegen RAF-Terroristen gemacht und heute machen sie es halt gegen jeden, der ihnen, gegen jede Person an und gerade, die sie einfach erklären, ja, ja, das ist, äh, halt Bayern, ganz spezial, ja. Hier waren sie immer schon so. Und ich meine, das ist halt einfach so Folter, schau, es ist immer noch leicht gespalten. Das ist jetzt nicht einmal, das ist jetzt nicht einmal besonders schmerzhaft. Das können sie aber, das Ganze können sie anheben. Jetzt pass auf, schau, ich zeige es, schau, siehst du, es ist immer noch gespalten, jetzt pass auf. Jetzt rumpel ich da. ins Bad und schwuppa, pass auf. Jetzt dauert es, pass auf. Jetzt müssen wir ein bisschen runter. Gehe. Jetzt müssen wir hier runter. Mich runtersetzen. Jetzt dauert es noch kurz. Dann schwöre ich dir, das habe ich jetzt die ganze Zeit im Übrigen, ja, das Gespaltene, ja. Jetzt pass auf. Was haben sie hier? Eigentlich müsste ich bloß eine Alufolie drum machen. Dann hört das sofort auf. Würde ich jetzt hier das Haus verlassen? Ich schwöre es bei Gott. Hört sofort auf. Ich kenne das aus Hamburg. Da bin ich in den Aufzug reinmarschiert. Die ganze Zeit war das in der Wohnung so. Wenn ich in den Aufzug rein bin, der komplett Metall umhüllt war, war sofort Feierabend. Jedes Mal das Gleiche. Jetzt, schau, jetzt nimmt es langsam ab. Jetzt geht es langsam runter. Schau, jetzt versuchen sie es noch. Siehst du es? Man sieht es, wie sie noch entlangfahren. Nein, sie haben halt stark, das kommt darauf an, wie stark sie es drauf halten. Jetzt muss ich mal schauen. Es kann auch sein, dass sie jetzt irgendwo drüben sind, in einer anderen Wohnung oder in einem anderen Haus. Dass sie es jetzt von oben versuchen. Oder von hinten irgendwo. Aber es hört auf, schau. Hat sich aufgelöst jetzt. Ist weg. Ist weg. Schau. Selbst gesagt, kaum bin ich hier herrin. Es ist weg, schau. Ich mache mal das Licht dazu an, damit man es besser sieht. Schau, es ist komplett weg. Ja. Es ist komplett weg. Es ist weg. Also, Video um Video zeige ich es euch. Jedes Mal, wenn ich mich zurückziehe und verschanze mich mit irgendeinem Schutz. Es muss immer Metall sein. Am besten dickes Metall. Also, so ein bisschen Alufolie reicht da nicht aus. Das muss schon, ich habe mal gelesen auch, also ab 0,5 Zentimeter Stärke, sollte es mindestens haben. Dann bist du geschützt davor. Schau, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Alles weg. Da unten auch. Kein Krampf mehr. Nichts mehr. Dann ist es weg. Vielen Dank.